Kahn war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht, suchte nach Antworten, die ihm Schutt begraben waren. Los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen. Hier ist es nicht sicher. Lass uns jetzt gehen. Achtung! Die Viecher kommen zurück. Die Viecher kommen zurück. Stillhalten. Nicht einmischen. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Die Viecher kommen zurück. 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 Die Viecher kommen zurück.